Sag mal, du Arschnase, hätt ich das gewusst, du verdienst ja mittlerweile ins Schweinegeld. Ich hab hier einen Artikel gefunden, da steht Influencer verdienen eine Schweinekohle. Mehrere tausend Euro im Monat. Ach so, jetzt weiß ich was du meinst. Du, ja, das stimmt, also Influencer können schon ganz gut Geld verdienen, aber bei mir ist das... Und hier steht sogar, dass einige von den 10.000, also fünfsternig, verdienen. Und da sagst du mir nicht, dass du das verdienst. So, so, du meinst, jetzt wo du endlich so ein reicher Mofucker bist, wie du es ja immer sein wolltest, da müssen wir ein bisschen was ändern, ja? Also, die Aufteilung muss sich ein bisschen verschieben. Jetzt hab ich ja an jeder Ecke beim Einkauf gespart. Ja, jetzt sag ich mal eins, jetzt möchte ich auch mal in den Bio hier loskommen, ja? Jetzt kannst du mal jede Woche schönen, dicken Bio-Einkauf machen. Bio-Eier, Bio-Fleisch, Bio-Gemüse, Bio-Bananen, das ganze Bio-Programm, wenn man es so sagen kann. Hallo, Mama, Mama! Warte, ist denn, ich war noch nicht fertig mit meinem Sack. Ich wollte nur sagen, ich verdiene nicht so viel wie die Leute im Internet. Das ist auf Leute bezogen, die Millionen von Followern haben. Ich hab 2360. Oh, äh, wie viel verdienst du im Monat? Ich glaube, diesen Monat waren 17,81 Euro. Oh, 81 Cent.